I will take my horse to the Old Town Road. Okay, Spaß beiseite. Ich bin DonF204 und wir befinden uns auf der Old Town Road. Yeee! Okay, ich bin richtig bescheuert. In diesem Video wird es um Questblockaden gehen, um Türsteher, Palastwachen oder irgendwelche anderen Events, Objekte, Ereignisse, was auch immer, was uns im Weg stehen wird, beziehungsweise dem Spieler. Und der Spieler muss dann dafür sorgen, dass dieses Objekt dann aus dem Weg geschafft wird, um seine Quest fortzusetzen. Stellt euch vor, er hat als Quest zum König zu gehen und ihm etwas zu überbringen und die Palastwachen lassen ihn jetzt nicht in den Palast. Und dann muss doch der Spieler irgendwie die Palastwachen davon überzeugen, ihn doch durchzulassen. und das ist dann quasi eine Nebenquest, die in die Hauptquest mit eingeflochten ist und das wollen wir jetzt im Grunde so mehr oder weniger bauen. Also quasi Queststränge, die miteinander verknüpft sind und das versuchen wir, wie gesagt, jetzt zu bauen, das Ganze. Und ich hoffe, dass wir das so halbwegs hinbekommen und dass ihr das so halbwegs versteht, was ich hier mache. Also, zuallererst mal habe ich zwei neue Maps erstellt, die Old Town Road und die Karottenfarm oben. Sieht ein bisschen runtergekommen aus, aber das ist Absicht. Das werden wir dann im nächsten Video oder im übernächsten dann behandeln. Und hier wird auf jeden Fall der Türsteher stehen und der wird uns nicht in diesen Raum hier hineinlassen. Und das werden wir jetzt auf jeden Fall demnächsten in Angriff nehmen. Wir brauchen als allererstes erstmal einen Türsteher und den nennen wir Junge, weil der wird ein junger Junge. Nämlich dieses Design bekommt er. Und er wird uns sagen, auf jeden Fall, dass wir da nicht durch dürfen. Und das machen wir auch. Wir machen Textanzeigen, Porträt, Actor, Nein, People und der Junge. Und der sagt uns, du siehst zwar sehr stark aus, aber dennoch kann ich dich nicht durchlassen. So, dann kürzen wir das mal so ab. Nein, so passt das nicht, aber machen wir es so. Dennoch kann ich dich nicht durchlassen. Komme mit mindestens drei Tränken wieder. So, ich hoffe, ihr habt das alles richtig geschrieben. Tippfehler, Rechtschreibfehler, Grammatikfehler etc. pp. könnt ihr alles behalten. Ich habe es noch nicht so, aber ich hoffe, ich habe es so halbwegs hinbekommen. So, drei Tränke will der Junge, bzw. er will, dass wir uns quasi besser ausrüsten. Es könnte auch ein Schwert sein, was wir ausgerüstet haben müssen oder irgendwas anderes. Spielt jetzt in dem Punkt keine Rolle, was wir quasi bei uns führen, damit er uns durchlässt. Könnte auch ein Erlaubnis sein oder ein Schriftdokument oder ein mystischer Gegenstand oder irgendwas anderes. Es könnte alles Mögliche sein. Nun werden wir eine bedingte Verzweigung einbauen. Eine Variable brauchen wir dafür. Da müssen wir mal eine neue erstellen, eine neunte. Jetzt in unserem Tutorial ist die neunte. Weil wir die Timer beim letzten Mal erstellt haben, genau. Die, die wir jetzt nicht mehr brauchen, aber das ist nicht so wichtig. So, GeForce, wow, danke. Sehr interessant. Nicht wirklich, aber es ist okay. So, ich nenne es Item-Zwischenspeicher- oder Besitzzahl. Besitzzahl. Besitz... Anzahl. So wie oben bei den Karotten. Im Prinzip könnte ich mir das auch sparen. Karotten-Besitzzahl und könnte auf Item-Besitzanzahl zurückgreifen. Wir werden für spätere Sachen auch immer Item-Besitzanzahl verwenden. Immer diese Variable, immer dieselbe. Die werden wir überschreiben. Das ist quasi nur ein Zwischenspeicher für uns. Also wir könnten ja auch statt Besitzanzahl Zwischenspeicher schreiben. Ist nur ein Zwischenspeicher für uns. Soll nicht lange gespeichert werden. Wenn es länger gespeichert werden muss, braucht man natürlich dann was anderes. So, und die Item-Besitzzahl muss größer gleich 3 sein, weil wir wollen ja 3 Tränke haben. Zuvor müssen wir aber natürlich, das ist das Wichtigste, abfragen, ob der Spieler überhaupt 3 Tränke hat. Beziehungsweise, das machen wir ja. Aber wir müssen erstmal in die Variable rein speichern, wie viele Tränke er bei sich hat. Das haben wir in dem Tutorial über Variablen gelernt. Das geht also quasi ganz simpel. Ich erkläre es nochmal kurz. Variable steuern. Dann hier oben die richtige auswählen. Die neunte. Einstellen. Und auf Spielerdaten. Gegenstand. Trank. Besitzzahl. Beziehungsweise das Item, was ihr wollt. Und dann steht hier in Klammern Besitzanzahl. Und auf OK. Auf OK. Übernehmen. Nun ist in der Variable Nummer 9 die Besitzanzahl der Tränke gespeichert. Das steht hier alles auch in dieser schönen Zeile. nochmal drinnen. Und hier wird dann abgefragt, ist die Besitzzahl von den Items über 3? Und wenn ja, dann passiert das. Und wenn nicht, also den Else-Fall oder sonst halt, weil wenn sonst, wird das passieren. Dann wird der Text ausgegeben. Und den wir bereits vorbereitet haben. Mit STRG-X, STRG-V habe ich den jetzt kopiert und eingefügt. Man kann auch Rechtsklick machen. Aussteigen. STRG-X steht auch nochmal hier. Beziehungsweise hier steht Control. auf Englisch, aber spielt keine Rolle. So, dann hier oben bei, wenn es, wenn wir jetzt mehr als drei Tränke bei uns haben, beziehungsweise mindestens drei Tränke, dann sagt der Junge einfach nur, okay, ich lass dich, oder du siehst gut vorbereitet aus, ich, mach mal das in die nächste Zeile, ich lass dich durch, oder du darfst durch, du darfst durch. Spielt ja keine Rolle, wie man das formuliert am Ende. Gut, ähm, du siehst vorbereitet aus, du darfst durch, ja gut, ist auch doof, weil beides mal du. Ach, ich mach einfach nur, du darfst durch und dann ist gut. Ähm, spielt jetzt keine Rolle, tut mir leid. Ähm, du, ups, du darfst durch. Und dann wird der Junge aus dem Weg gehen. Ähm, da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Möglichkeit 1, die werden wir jetzt als erstes machen, ist, wir nehmen hier hinten mal die Kiste weg, und er geht an eine Position, an die der Spieler nicht gehen kann. Es ist einfach nicht möglich, dass der Spieler an diese Position geht, weil der Spieler steht hier und muss den Jungen von hier unten aus ansprechen, und dementsprechend kann der Spieler nicht hier oben sein. Und dann wird der Junge einfach hier hochgehen, sich nach unten umdrehen, und dann ist der Weg frei. Das machen wir als erstes. Es gibt immer noch weitere, ähm, Möglichkeiten, wie wir das, wie wir das umsetzen können. Wir machen hier unter, du darfst durch, einfach Doppelklick. Ähm, dann auf der zweiten Seite, ähm, äh, 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 oder war es auf der dritten? Na, war es doch auf der dritten? Doch, der auf der zweiten, hatte ich doch recht. Ähm, Bewegungsroute festlegen. Hier oben steht das, und da klicken wir drauf, wählen nicht Spieler, hier oben ganz wichtig, das müssen wir ändern, das ist wirklich sehr, sehr wichtig, auf dieses Ereignis. Sonst werden wir den Spieler bewegen und nicht dieses Ereignis, aber dieses Ereignis soll sich bewegen. Wir machen einen Schritt nach oben, und dann drehen wir uns einfach nach unten um und gucken wieder runter, warten, bis die Bewegung abgeschlossen ist, und wenn das der Fall ist, machen wir einfach, ähm, einen Selbstschalter an, A, und machen eine neue Ereignisseite, und hier sagt er einfach nur, du darfst durch. Und machen hier den Selbstschalter A an. So, dass das nicht funktionieren wird, ähm, was ich hier jetzt mache, sage ich euch im Vorfeld. Ich will euch erstmal zeigen, wie es nicht funktioniert, und, ähm, beim nächsten Mal, also direkt im Anschluss, zeige ich euch dann, wie es richtig funktioniert. Ähm, viele werden es nämlich so probieren, und so funktioniert es nämlich nicht richtig. Ähm, wir werden erstmal fortsetzen. Ich habe einen Speicherstand, wo ich die, ähm, Karotten-Quest, und, hm, ich habe den Händler nicht erstellt, der mir die Tränke verkauft. Ich Idiot. Ähm, wir gehen in die Old Town Road zurück. Ähm, kann passieren, tut mir leid. Ähm, und setzen neben das Pferd noch einen coolen Händler. Händler. Und er bekommt auch ein Bild. Hm, 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 People. Das hier, nehmen wir das, ist egal, spielt keine Rolle. Und machen jetzt einen schönen Text noch hinein. People, der hier war es, glaube ich. Ähm, ich bin ein, äh, Reisenderhändler. Ja, Punkt. Okay. Und dann unter den Text, unter dem Begrüßungstext, wenn ihr denn einen machen wollt, macht ihr dann auf der, ähm, dritten Seite, Geschäfteverarbeitung, und darüber könnt ihr dann quasi einen Händler starten, oder den Handelsbildschirm eröffnen, könnt ihr darüber dann. Das werdet ihr dann gleich sehen. Also, einfach direkt unter den, ähm, quasi unter den Einleitungstext, unter die Begrüßung, Doppelklick in die leere Zeile, wie gehabt, um einen neuen Befehl hinzuzufügen, und auf der dritten Seite dann der Ereignisbefehle, findet ihr Geschäfteverarbeitung. Klingt ein bisschen komisch, aber, ja, das ist der deutschen Übersetzung verschuldet. Geschäfteverarbeitung, und dann sieht das Ganze so aus. Ware, Preis. Hier könnt ihr einfach Doppelklicken und Gegenstand, Waffe, Rüstung aussuchen. Und wir wollen Tränke, und hier könnt ihr dann den, also bei Ware, und bei Preis, könnt ihr dann den Preis festlegen. Entweder den Standardpreis, den ihr in der Datenbank festgelegt habt, oder ihr legt selber einen Preis fest. Das ist natürlich dann sehr vorteilhaft, wenn unterschiedliche Händler unterschiedliche Preise anbieten sollen. Wenn jetzt beispielsweise ein Händler in einer größeren Stadt, die man erst später erreicht, für einen Trank mehr Geld will, als ein kleiner Krauter im Anfangsdorf, dann kann man das so umsetzen. Oder zum Beispiel ein reisender Händler, der sich in die Gefahrenzone begibt, der will vielleicht mehr Geld haben, als ein Händler in der Stadt. Und dann hat er als Spieler halt auch den Vorteil, dass er in dieser Gefahrenzone, zum Beispiel direkt vorm Dungeon, nochmal einkaufen kann. Und dann halt zu leicht erhöhten Preisen. Falls ihr das machen wollt. Gut. Wir machen jetzt einfach den Standardpreis. Und drücken auf OK. Und ihr könnt dann einfach hier noch weitere Items hinzufügen. Oder auch wieder entfernen mit der Entferntaste. Gut. Ihr könnt auch auf Nur kaufen gehen. Dann kann der Spieler nicht verkaufen bei diesem Händler, sondern nur kaufen. Spielt es eigentlich keine Rolle für uns. Aber wir machen trotzdem mal nur kaufen. Und wenn ihr merkt, oh, ich habe bei dem Händler was falsch eingestellt, ist das gar kein Problem. Oder ihr später nochmal was nachträglich ändern wollt. Dann geht einfach auf den Befehl, drückt Leertaste und doppelt klickt auf die Sachen drauf. Dann könnt ihr diese nochmal bearbeiten. Zum Beispiel den Preis verändern. Oder das Item verändern. Oder einfach komplett wieder rauslöschen das Item. Und dann hier unten auf OK. Ich gehe jetzt auf Abbrechen. Und dann ist alles klar. So, jetzt kann ich aber meine Tränke kaufen. Jetzt sollte alles funktionieren. Tut mir leid. Habe ich vergessen, den Händler zu erstellen. Aber so kann es gehen. So, dann gehen wir jetzt zu dem Händler. Ich habe genug Geld, weil ich die Karottenquest ja schon abgeschlossen habe. Habe ich 300, 200 von der Karottenquest, 100 von der Apfelquest. Und werde mir jetzt mein Geld holen. Äh, meine Tränke holen. Drei Stück brauche ich. Kaufen. Wir haben 0 im Besitz. Wir kaufen mindestens 3. Aber wir kaufen gleich 6 Stück. So, 6 Stück gekauft. Mein Geld ist leer. Verkaufen kann ich nicht bei diesem Händler. Und abbrechen. Und dann können wir wieder zurückgehen. Und werden nochmal direkt oben dann speichern. Dann haben wir es dann nicht mehr so weit. Zum Ausprobieren. Ob alles klappt. Und werden jetzt hier speichern einfach. Speichern. Und gespeichert. So. Und jetzt spreche ich den Jungen an. Du darfst durch. Und er lässt mich durch. Alles klar. Soweit funktioniert das Ganze. Aber wenn ich jetzt runtergehe. und wieder hochgehe. Ist das Problem. Er sagt jetzt. Okay, du darfst durch. Und er steht immer noch im Weg. Er geht jetzt nicht zur Seite. Man könnte das Problem jetzt damit lösen. Ähm. Dass man jetzt. Ähm. Immer wenn man runter geht. Ähm. Ein Schalter umgeschalten wird. Der. Äh. Den Jungen wieder resettet. Quasi. Aber. Man könnte es auch anders lösen. Und das machen wir jetzt. Wir werden. Quasi zwei Jungen. Erstellen. Klingt verrückt. Aber genau das machen wir. Wir kopieren den Jungen. Kopieren den hier hoch. Doppelklicken mal. In den Jungen hinein. Löschen die erste Ereignisseite raus. Machen hier den Selbstschalter weg. Und machen hier einen Schalter oben rein. Und den Schalter nennen wir. Ähm. Beispielsweise. Ähm. Türsteher. Und wenn der Türsteher aktiviert ist. Wird dieses Event aktiviert. Und dieses Event wird dann deaktiviert. Wir machen hier Schalter. Türsteher. Aber nehmen die Grafik raus. Und wir nehmen den Text raus. Das. Okay. Das heißt. Das Original Event. Das zweite. Existiert zwar noch. Aber ist nicht mehr sichtbar. Für den Spieler. Und dementsprechend ist es auch egal. Ob es dann wieder an dieser Stelle steht. Das müsste jetzt eigentlich funktionieren. Wir gucken mal. Fehler können immer passieren. So. Ich spreche mal den Jungen an. Du darfst durch. Jetzt gehen wir runter. Gehen wieder hoch. Und der Junge steht noch oben. Sehr schön. Für den Spieler sieht das so aus. Als wäre der Junge hochgelaufen. Aber ist er ja auch. Aber in Wirklichkeit ist er hochgelaufen. Und anschließend unsichtbar geworden. Während quasi sein Klon. Sein Klon sichtbar geworden. Und das ist eigentlich eine ziemlich coole Methode. Finde ich. Ist persönlich jetzt die beste Methode. Finde ich. Und anders geht es halt. Zwar umzusetzen. Aber nicht so schön. Finde ich. Ich finde das so am schönsten. Umgesetzt. Und jetzt zeige ich euch noch zwei andere Möglichkeiten. Wie wir das Ganze noch anders machen können. Jetzt geht er ja momentan an eine Position. An die der Spieler nicht. An der der Spieler nicht sein kann. Aber das ist nicht immer möglich. Es geht nicht immer. Dass. Ich tue das mal hier kurz zur Seite schieben. Dass hinter dem Event. Oder irgendwo anders. Eine Stelle frei ist. Wo der hingehen kann. Stellt euch vor. Jetzt ist hier statt eine Kiste. Wo haben wir die Kiste? Auf der B Seite. Wo haben wir sie? Da haben wir sie. Statt eine Kiste ist da jetzt irgendwas anderes. Es spielt ja keine Rolle. Und das Event kann jetzt wirklich nicht nach oben oder in den Raum hineingehen. Es geht halt einfach nicht. So. Was machen wir dann? Dann haben wir nämlich ein Problem. Wenn der Spieler hier steht. Und den Jungen anspricht. Dann wird der Spieler im Weg stehen. Und der Junge kann nicht runter gehen. Und nicht zur Seite gehen. Damit der Spieler durch kann. Aber genau das wollen wir ja. Also der Junge soll dann einfach hier einen Schritt nach unten machen. Und dann einen Schritt nach links. Aber das geht nicht. Weil der Spieler dann hier stehen wird. Der Spieler wird im Weg sein. Also müssen wir. Erstmal die Bewegung einstellen. Von diesem Ereignis. Statt nach oben bewegen. Wird es. Einen Schritt nach unten machen. Einen Schritt nach links. Und dann wird es sich nach unten drehen. Aber bevor es das kann. Muss der Spieler. Sich noch bewegen. Also wir doppelklicken hier auf die Bewegungsroute. Um darüber einen Befehl einzufügen. Auf der zweiten Seite. Bewegungsroute festlegen. Diesmal lassen wir auf Spieler. Das ist halt wichtig. Machen einen Schritt nach unten. Drehen uns nach oben. Und übernehmen. Jetzt ist blöderweise. Noch die Gruppe des Spielers im Weg. Da könnt ihr jetzt entweder. Gefolge versammeln machen. Oder. Ähm. Mhm. Ähm. Ähm. Ich hatte doch noch einen anderen. Ähm. 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 Spielergefolge ändern. Genau. Ähm. Direkt da drüber. Mann. Manchmal sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und dann kann man das Spielergefolge auch ausschalten. Dann ist es auch weg. Aber wir versammeln das Gefolge einfach. Und. Dann kann das Event durchlaufen. Weil sonst steht das Gefolge im Weg. Und dann funktioniert das Ganze nicht. Und jetzt werden wir das Event hier hinschieben. Und hoffen, dass das Ganze funktioniert. An der neuen Position. Neues Spiel. Quatsch. Mensch. Jetzt mache ich ein neues Spiel. Tut mir leid. Ähm. Fortsetzen natürlich. So. Okay. Wir sprechen ihn an. Dann wird der Spieler einen Schritt nach unten gehen. Sich nach oben umdrehen. Und wie ihr seht. Das Gefolge steht blöderweise dann immer im Weg. Also wenn ich jetzt hier einen Schritt nach oben gehe. So. Ihn ansprechen würde. Dann geht der Spieler einen Schritt nach unten. Dann ist der nächste von meinem Gefolge im Weg. Das wäre natürlich sehr ungünstig. Das könnte man zwar auch anders umgehen. Aber wir machen das jetzt so. So. Und dann. Wenn der Spieler nach unten gegangen ist. Geht er dann nach da. Ihr werdet es gleich sehen. So. Du darfst durch. Dann gehe ich hier nach unten. Das Gefolge wird versammelt. Der Junge bewegt sich nach dort. Ich kann durch. Und kann durch die Treppe. Und wieder hoch. Und der Junge steht noch dort. Es funktioniert alles. Perfekt. Super. Also da müsst ihr dann den Spieler auf gut Deutsch aus dem Weg befördern. Bevor das Event laufen kann. Also an die entsprechende Stelle gehen kann. So. Jetzt haben wir aber das Problem. Das nächste Problem. Was. Wenn das Event hier steht. Also das Ereignis. Dann könnten wir ja. Ich schiebe den mal wieder zur Seite. Um es besser erklären zu können. Dann könnte der Spieler ja von unten. Oder von links. Ansprechen. Es gibt manchmal Stellen im Spiel. Da kann man es nicht ganz vermeiden. Aus designtechnischen Gründen. Dass ein Event aus mehreren Seiten. Von mehreren Seiten aus. Angesprochen werden kann. Das ist halt so. Man könnte jetzt beispielsweise auch irgendwie verhindern. Keine Ahnung. Einen Krug hier hinstellen. Oder so. Aber dann hätten wir ja wieder dasselbe. Dass das einfach nur ein Ort ist. An den der Spieler nicht gehen kann. Und. Dann wäre er natürlich auch gezwungen. Von unten anzusprechen. Aber dann wären wir ja wieder bei der ersten Situation. Wie ohne die Kiste. Aber das geht halt wie gesagt nicht immer alles. Und was ist. Wenn der Spieler entweder hier. Oder hier steht. Und nur wenn er hier steht. Wäre er ja im Weg. Wenn er hier steht. Wäre er nicht im Weg. Wie machen wir das dann? Also wir gehen nochmal zurück in das Event. Wir wollen jetzt einfach. Den Schritt nach unten weg machen. Weil den brauchen wir ja nicht mehr. Logischerweise. Weil er jetzt quasi. Ja nicht mehr. Einen Schritt nach unten und dann nach links geht. Sondern direkt nach links. Aber das kann er halt nur. Wenn der Spieler dort nicht ist. Und da werden wir jetzt auch nochmal eine kleine Abfrage machen. Eine Bedingung. Die machen wir jetzt. Quasi einfach. Auch mit in Itembesitzzahl über 3. Und unter den Text. Du darfst durch. Dort werden wir rein machen. Eine bedingte Verzweigung. Und auf der dritten Seite gibt es Charakter. Und da könnt ihr euch aussuchen. Welcher Charakter. Abgefragt werden soll. In unserem Fall der Spieler. Und hier könnt ihr abfragen. In welche Richtung er guckt. Guckt er nach rechts. Oder nicht. Und wenn er nach rechts guckt. Steht er hier. Und wenn er nicht nach rechts guckt. Zum Beispiel nach oben guckt. Steht er hier. Also auf gut Deutsch. Er steht ja nur im Weg. Wenn er nach rechts guckt. Also fragen wir ab. Guckt der Spieler nach rechts. Und wenn das der Fall ist. Dann wird der Spieler einen Schritt nach unten gehen. Und sich nach oben drehen. Und die Gruppe wird sich versammeln. Und wenn das nicht der Fall ist. Dann wird das nicht passieren. Ihr werdet das gleich sehen. Hoffe ich. Dass das Ganze funktioniert. Achso. Und die Kopie von dem Event. Muss ich natürlich noch da drüben hinstellen. Ich kann den Jungen auch Kopie nennen. Kopie. Damit ich weiß. Oder 0.2. Oder so. Damit ich dann bei den Bewegungsrouten weiß. Welches Event ich steuere. Weil das ist mir gerade eben aufgefallen. Dass das natürlich dann ein bisschen konfus ist. Wenn da beide Junge heißen. So. Laden wir. Und jetzt gehen wir an diese Stelle. Sprechen den Jungen an. Wir gucken nach rechts. Wie gesagt. Das wird ja abgefragt. Okay. Du darfst durch. Und dann geht der Spieler nach unten. Das Gefolge geht aus dem Weg. Und wir können weitermachen. Jetzt können wir wieder raus. Und rein. Das hatten wir ja alles schon. Das funktioniert natürlich. So. Und jetzt. Probieren wir nochmal das Ganze aus. Wenn wir unten stehen. Und zwar. Ja. Genau hier. Du darfst durch. Und dann bewegt sich der Spieler hier nicht. Das wird halt quasi abgefragt. Steht der Spieler im Weg. Ja oder nein. Guckt er nach rechts der Spieler. Oder guckt er nicht nach rechts. Ich hoffe das Ganze ist verstanden. Es ist ein bisschen komplizierter. Als es eigentlich sein müsste. Aber wenn ihr das einmal verstanden habt. Das Prinzip ist das eigentlich kein Problem. Ich zeige euch nochmal kurz. Weil das habe ich vergessen. Wenn man die Halttränke nicht hat. Dann lässt er einen natürlich nicht durch. Dass das auch funktioniert. Das Ganze. So. Du siehst zwar sehr stark aus. Aber dennoch kann ich dich nicht durchlassen. Komme mit mindestens drei Tränken wieder. So. Alles klar. Das war es soweit von mir. Beim nächsten Mal. Werden wir uns um den Raum hier kümmern. Und da kommt ein kleiner Bosskampf. Oder beim übernächsten Mal. Wenn wir uns um den Raum kümmern. Ich bin mir noch ein bisschen unschlüssig. Auf jeden Fall kommt dann hier ein Bosskampf rein. Und deswegen muss man sich vorbereiten. Wir brauchen nämlich dann die drei Halttränke. Mehr oder weniger. Die werden wir wahrscheinlich nicht brauchen. Aber hier kommt ein Bosskampf rein. Und das wird dann auch unser erster Kampf. In dieser Tutorial-Reihe. Und da werden wir vielleicht noch ein bisschen Vorbereitung machen. Im nächsten Video. Und dann wäre der Kampf erst im übernächsten. Aber das entscheide ich dann spontan. Genaue Gedanken habe ich mir darüber noch nicht gemacht. Das endet hier das Tutorial. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe ihr habt es verstanden. Wenn Fragen sind. Unten in die Kommentare. Und wenn irgendwelche Probleme sind. Guckt euch das Video ein, zwei Mal an. Vielleicht findet ihr ja die Lösung. Und wenn nicht. Einfach in die Kommentare schreiben. Ist gar kein Problem. In der Videobeschreibung sind auch noch andere Kontaktmöglichkeiten. Wie Discord. Oder Instagram. Facebook. Twitter. Da könnt ihr mich auch kontaktieren. Oder Steam. Genau. Steam auch noch. Xbox Live steht da glaube ich auch. Und da könnt ihr mich überall kontaktieren. Und Fragen stellen. Gar kein Problem. Bezüglich natürlich immer der entsprechenden Videos. Aber ihr könnt auch so Fragen stellen. Vielleicht kann ich diese ja beantworten. Wenn es um RPG Maker Fragen geht. So. Gut. Das war es soweit von mir. Und. Ähm. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe wirklich. Dass ich euch helfen konnte. Mit den Türstehern. Und. Dass. Quasi. Ich jetzt wirklich nur in den Raum rein kann. Wenn ich die drei Tränke habe. Und. Das Ganze auch komplett fehlerfrei funktioniert. Gut. Das war es. Wie gesagt. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.